Mittwoch, der 27. März 2019. Es ist 18.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen mit Chris Fleischauer. Willkommen zu Lotto am Mittwoch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Auch heute geht es bei uns wieder um die Chance auf Millionen. Und am Samstag hat sich schon wieder mal ein Spieler in dieser Liga eingereit. Wer heute vielleicht beim Ankreuzchen ein besonderes glückliches Händchen hatte, Kugeln und Ziehungsgeräte sind in jedem Fall schon mal ordnungsgemäß vom Ziehungsteam überprüft. Wir können also loslegen. Ich drücke die Daumen. Ihnen allen an dieser Stelle jetzt viel Glück. Insgesamt vier Spieler waren es. Die hatten am Samstag die sechs Richtigen vorhergesagt. Es sind drei davon, nämlich aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Die können sich nun jeweils um 527.000 Euro freuen. Die sind somit halt nur die Glückwunsch. Und da kommt die erste Zahl für heute. Die zehn. Der vierte in Grünland. Da habe ich ja mal eben schon genannt. Der hatte natürlich nicht nur die sechsten Stichwachsammenschein, sondern auch eine passende Superzahl. Somit ist der Jack mal weg. Und er geht nach Sachsen. Und es sind 4,1 Millionen Euro. Glückwunsch. Nächste Lottozahl. Die 15. Der über der hohe gewünschte Gewinnklasse A ist in Abo-Romboge. Schlafen wir heute natürlich wieder von vorn. Heute geht es in rund eine Million Euro in der Gewinnklasse 1. Der Lotto 6 aus 49. Und das auch mit dieser Lottozahl, wie der 40. Und in der obersten Gewinnklasse vor dem Spiel 77. Da hat er ein neuer Team entwickelt am vergangenen Samstag. In unserer Zusatzlotte geht es heute wenig um mehr als eine Million Euro. Nee, wenigstens. Und 31. Und in unserer zweiten Zusatzlotterie, da hat ein Spieler aus Berlin als einziger, die richtige Großnummer zur Winnzahl. Glückwunsch zu. Und immer natürlich in der Europas-Lotterie-Klasse auch zu 500.000 Euro. So, wir sehen uns bei der vorletzten. Die 36. So, ein Buch. Und weil eigentlich sind es ja noch 22. Und die gucken wir uns gleich. Und jetzt sind es ja noch 48. Das sind sie, die sechs Kugeln, die heute im besten Falle natürlich mit ihren Kreuzchen auf dem Schein zusammenpassen sollten. Wenn das so ist, aber auch so oder so. So, denn die Superzahl, die ermöglicht ja den ein oder anderen Gewinn. Dann geht es jetzt nämlich in die nächste Runde. Ich drücke nochmals die Daumen, Ihnen allen viel Glück. Insgesamt haben wir zehn Kompassiven, die wir in den Runde oder so ausspielen können. Und wie gesagt, um ein Problem. Genau, das ist eine Klasse. Gucken wir mal, welche Superzahl es heute trifft. Die Null gab es ja. Ich habe wirklich jetzt hier schon wieder eine Ansage gemacht. Aber die Null gab es in diesem Jahr noch gar nicht. Auch heute. Die Eins. Also nicht traurig sein für alle, die die Null als Superzahl haben. Sie kommen bestimmt. Irgendwann. Aber jetzt gucken wir uns mal die Lottozahlen von heute an. Zehn. 15, 31, 36, 40, 48 und die Superzahl 1. Weiter geht es mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Züge ermittelt. Wir beginnen mit der Gewinnzahl im Spiel 77. Etwas mehr als eine Million Euro. 2, 7, 2, 2, 6, 8, 4 und noch die Gewinnzahlen der Lottozahlen über 6. Da gewinnt 1, 9, 6, 4, 0, 3. Nachlesen können Sie immer nochmals alle Gewinnzahlen ganz in Ruhe bei uns im Internet auf lotto.de. Die nächste Chance, die wartet bereits, ja, typisch am Samstag. Das letzte Mal vor der Sommerzeit. Aber wie immer zur gleichen Zeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann hier mit dabei sind. Bis dahin, Ihnen allen noch einen schönen Mittwochabend. Tschüss, machen Sie es.